Der wird gebaut. So, dann... Ja, Sir. Ich baue mal lieber noch eine Unterstützungseinheit für da. So, was haben wir denn hier? Raketenpanzer. Alles klar. So, der Schallpanzer. Ja, sehr schön. Zack. Alles klar. Alter Schwede, der hält nicht mehr lange durch hier. Der hält nicht mehr lange, nee. So. Reparier den mal, komm. Ach. Mensch. Mensch, jetzt schieß mal da drauf einfach. So, dann... Also so kann man die auch ablenken. Das ist schon mal gut. So. Sehr schön. Alles klar. Ah, Fremen wieder. Sehr gut. Habe ich auch schon einige von jetzt. 15, 16. 16 Fremen, ja. Ey, das ist reiß, was der macht. Aha. Geil, der Sammler. Quell. So. Oh. Alter Schwede. So, dann gehst du mal da hin. Gut. Der Schallpanzer hier hin. Und der auch hier hin. Alles klar. So. Dann geht's mal los hier. Du schieß mal bitte auf den Raketenpanzer. So. Ja, toll. Kann ich einen neuen bauen. Super. Super toll. So, du kannst aber den abschießen, ne? Ja, sehr gut. Alles klar, Freunde. So. Zack. Das war's. So, sehr schön. Dann fährst du mal hier hoch. Ja, ja, dann entscheide ich mal nicht. Sehr gut. Alles klar. So, kann ich jetzt mal hier wieder? Verdammt. So, dann 1, 1. Ja, dann komm. Wo ist mein Shrike schon wieder? Da ist mein Shrike. Ja, ich will unbedingt hier noch erforschen. Bevor ich angreife. Zack. Die mit dem dicken Rohr. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen zweideutig geklungen, aber ist okay. Oh, scheiße. Hätte ich fast vergessen, Freunde. Speichern. Die ganze Stunde war nicht gespeichert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre mega ärgerlich gewesen. Wenn das jetzt abgestürzt wäre. Oh, scheiße. Habe ich voll vergessen zu speichern, ey. Naja. Nein. Erkundige doch alles. Was kommt da jetzt schon wieder? Nicht viel, okay. Für den Herzog. Jawohl, Sir. Unser Stützpunkt wird angeblendet. Was schießt denn da die ganze Zeit? Für den Herzog. Jawohl, Sir. Nein. Und du greifst bitte nicht den Sammler an. Nicht den Scheiß-Sammler angreifen. Für den Herzog. Ich will einfach nur wissen, was auf der Karte los ist. Bestätigt Ende. Ist das denn so schwer zu verstehen? Die lassen mich echt nicht erkunden hier, ne? Die kommen immer mit irgendwelchen Einheiten und wollen meine Trials platt machen. Bestätigt Ende. Bestätigt Ende. So, aber das passt erst mal so. Ah, verdammt. Verdammt. Oh. Ja, egal. Ich weiß auch nicht. Hier ist auf jeden Fall auch eine Basis. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt meine Einheiten gleich. Warte noch auf die Främen. Den Luftangriff, den mache ich dann für die Främen hier drauf. Oder ne, wisst ihr wat? Wisst ihr wat? Ich baue jetzt mal fünf Trikes. Und schicke die mal in die Basen. Mal gucken, wie viel die erkunden können. So ist der Wurm. Der ist hier links, alles klar. Das ist okay. Da kann er ruhig sein. So. So dann. Ja. Ah, verdammt. Ne, das reicht nicht. Okay. Ja, dann. Ja, verdammt. Ich hasse diese Raketenpanzer, die immer außerhalb der Reichweite sind. Ja, das ist schon ordentlich, was hier ankommt. Ja? Haben wir's bald. Ne, wir haben's noch nicht. Ein paar Maniken noch. So, weg damit. Weg mit den scheiß Maniken. Oh Mann. So. Gleich kommen meine Trikes, die schicke ich dann in die Basen rein. Mal gucken, ob und wie viel die erforschen können. Nein. So, die können auch mal da hin. So. Die sammle ich einfach mal, bis ich, ja, 25 habe oder so. Sadokas. Meine Güte, ey. Meine Güte. Hier kommt ganz schön was an, ja. Aber ich habe meine Verteidigung rechtzeitig aufgestellt. Das ist sehr gut. Das rettet mir hier gerade so den Arsch. Alter. Das ist so dreist, was der macht. Einfach auf meine Energie. Du Penner, ey. So. Dann schießt er mal drauf. Ja, ich weiß, aber... Ja, verdammt. Unser Stützpunkt wird angegelt. Ich... Jetzt hör doch auf. So. Alles klar. Das habe ich zum Glück auch rechtzeitig gesehen. So. Die Trikes sind da. Raumhafen? Ja, eine. Einer noch, komm. So. Dann noch einmal hier so eine dicke Rohr. So ein Dicketrohr. So, dann fahren wir hier rein. Du fährst mal hier rein. Einfach mal gucken, ob die da reinkommen einfach. So, du fährst mal da rein. Und ihr beiden, ihr fahrt einfach mal hier rein. Mal gucken, ob... Mal gucken, was ihr da erreichen könnt. So, Freunde. Dann würde ich sagen, können wir gleich mal angreifen. Sehr gut. Aber nicht... Ah, das ist blöd, dass der jetzt da genau in die Reichweite von einem Raketenturm fährt. Ja, super. Sehe ich wieder gar nichts, ey. Mann, 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 Mann. Dann nimm einen von denen. Ja, Sir. Ne, das passt einfach nicht so mit den Raketentürmen. Fahr mal hier unten in die Richtung. Ich muss von hier unten rein. Weil da oben sind ja Raketentürme. Meine Güte, der kommt wirklich im Minutentakt hier. Aber, die Verteidigung steht noch. Zack. Sehr schön. So, fährst du mal bitte da hin. Frame bereit. So. Was denn? Ah, meine Triaxe. Ah. Das ist keine Basis. Das ist nur so ein Durchgang, alles klar. Hier der? Ja, okay. Das kriege ich mit den Framen sogar hin, hier. Ah, sehr gut. Okay, der Triaxe ist klar, okay. Dann fährst du jetzt mal bitte hier rein und guckst mal, was der da so hat, ja. So. Boah. Ich habe so eine bedrohliche Mucke hier. Oh. Soll ich noch ein paar Silos bauen? Ne, ich glaube, das reicht jetzt an Geld. So, fahr da einfach mal rein. Siehste, hier kommt man besser rein. Bereit, Commander. So. Energie hat er jede Menge, alles klar. Sie brauchen Sie los. Dann, Freunde, würde ich mal sagen. 20 Framen. Ist auch sehr gut. Der sieht die nämlich nicht. Dann. Ja, Mann. Verdammt. Dann fahrt ihr mal hier hin. So. Die Framen sollten sich nicht aufteilen. Eigentlich nicht, nein. So, die marschieren jetzt dahin. Alles klar. Davor speichere ich das Ganze nochmal, Freunde. Nein. Und, ja. Erstmal auf euch. Ach, herrlich. Sparkling Cider. Leckeres, leckerstes Getränk ever. Ja, hier oben habe ich ja leider nicht viel gesehen. Außer, dass hier auch so ein Durchgang ist. Muss ich gucken. Also, hier oben scheint nichts zu sein. Ah, wieder diese mysteriöse Mucke. Okay. So, Framen, ihr könnt euch mal hier hin bewegen. Könnt ja vom Wurm nicht gefressen werden, ne? So, hier unten ist auch verteidigt. Sehr gut. Was versucht er hier schon wieder? Sadokas. Die werde ich bei den Hakonnen auch kriegen, die Sadokas. Was ist das denn hier? Voll die Lamellinien. Die werde ich auch einsetzen dann, ja. Bei den Hakonnen. Ach du Scheiße, was... Was kommt der wieder mit seinen blöden Manneken da? Egal. Passt schon so. Die Manneken kriegen wir platt durch den Schallpanzer hier. So, stelle ich mal da hin. Zack, weg damit. So. Zack, weg damit. So, wo sind meine Framen? Da sind meine Framen. Okay, die stelle ich mal hier unten auf. Dieses Felsdings da, damit die nicht platt gefahren werden. Einfach so. So. Da sind wieder neue Framen. Ist schon mal gut. Und weg damit. Sehr gut. Alles klar, dann geht's mal los. Fahrt ihr mal hier rein. Jawohl, Sir. Können wir mal angreifen, Freunde. Schaut euch das mal an. Oh. So dreist. So dreist, was der macht. Immer auf meine Energie. Sie brauchen Silos. Die KI hier ist ein bisschen schlauer als bei Commander Conker, muss ich sagen. Sammelt euch mal da. Unser Stützpunkt wird angegeltet. So Framen, alles klar. Die sammeln sich da. Ihr geht bitte da hin. So, jetzt geht die Schlacht los hier. Und zack. Das schafft ihr aber, oder? Das schafft ihr, ja. Würde ich auch sagen. So. Das sieht doch gut aus, Freunde. Und du, Paketenpanzer, du fährst bitte hierhin. Mann, fahrt doch nicht immer draußen rum. Ihr fahrt mal da hin. Ihr fahrt mal hierhin. Ach Gott. Diese Führung hier. Verdammt. So. Diese Einheitenführung. Die nervt. Bereit, Commander. So. Dann muss ich die jetzt auch wieder hier durchziehen. Alles klar, dann würde ich sagen. Wenn die jetzt hier mal nachrücken. Dann können wir los. Drauf hier. So. Batsch. Sehr schön. Ihr. Nicht. Nicht da herfahren. Verdammt nochmal. Immer diese Einheiten, die hier irgendwie außen rum wollen. So. Drauf da. Drauf da. Du sollst nicht hier außen rum fahren. Mann. Kann ich ja gar nicht den Angriff verfolgen, Mensch. So. Drauf da. Weg. Drauf da. Weg. Zack. Dann lass die halt irgendwie so komisch fahren. Keine Ahnung. Und buff. Zum Glück habe ich so viele Artillerien hierbei. Und zack. Batsch. Jawoll, Freunde. Das sieht doch gut aus. Das läuft doch deutlich besser als beim letzten Mal, ey. Batsch. Batsch. Das hört sich so geil an. Zwei auf einmal. Oh, mach noch den Sammler kalt da. Ja, schade. Mach den, mach den Energie plat. So. Schon funktionieren die Scheißdinger nicht mehr. Sehr schön. Und Batsch. Sehr schön. Und Batsch. Sehr schön. Den hier noch weg machen. Und dann habe ich das ja relativ unbeschadet überstanden. Hier den ersten Angriff. Batsch. Und Batsch. Ja, sehr schön. Da könnt ihr direkt... euch hier sammeln. Gut. Dann würde ich mal sagen, da der Typ jetzt hier kommt... Äh, würde ich jetzt mal sagen, gehe ich mal mit den... Und Sammler ist nicht schön. Sammler ist überhaupt nicht schön. So. Soll ich jetzt mal sagen, gehe ich jetzt mit dem Frame mal ein Stückchen hier hoch. Unser Stützpunkt wird angebildet. Dann lass den mal erstmal angreifen. Ah, Moment. Der hat hier noch einen Sammler. Stimmt, scheiße. Ganz übersehen, ey. Gar nicht gesehen, dass der noch einen Sammler hat, ja. So. Und Putz. Ja, ja, ja. Wo denn jetzt schon wieder ein Sammler, Mensch? So. Na dann, greif mal den mal an. Uh, okay. Oh, diese Tricks-Mannikin da. Sammler nachkaufen, ja, komm. Verdammt. So. Alles klar. Gut. Främen. Auf. Luftangriff. Erstmal hier auf die Scheiße. So. Können jetzt erstmal deine schönen Ornitopter zum Einsatz. So. Das wird mein zweiter Angriff hier. Mit den 20 Främen. Ja, der muss außen rum fahren. So, mach die Scheiße mal da im Arsch. So. Jetzt sag mir nicht, dass der dich sieht. So. Der sieht die nicht, oder? Nein, sieht er nicht. Sehr gut. Weg damit. Sehr schön, Freunde. So. Wunderbar. Dann macht ihr jetzt mal das Ding da im Arsch. So, dann. Und kämpft mal. Ah, okay. Dann greift er dann. Dann greift er den Turm an. So. Wo schnell kann er gar nicht reagieren, wie der Turm weg ist. So, dann. Weg damit. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Sehr schön. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich wiederhole mich gerade. Weg damit. Ja. Oh, die reichen nicht. Oh, die reichen nicht. Das sind sehr viele Manneken. Gut. Dann kommt jetzt mal der 1er Angriff. Und fährt mal hier hin. Scheiße. Das sind so viele Manneken. Hm. Gut. Okay, dann. Ja, Sir. Uiuiui. Das hat wieder geleckt ein bisschen. Ja, aber das war schon mal nicht schlecht. Mit den Främen. Ach, was macht ihr denn, Mensch? Ja, okay. Wenn ihr das beim Marschieren macht, ist alles gut. So. Gut, Freunde. Auf euch. Alles klar. So. Ach, ist das schön, so eine Mission. Hier, die Basis haben wir komplett erledigt. Hier, die Basis ist jetzt auch dran. Da haben wir Främen und der Luftankreis schon hervorragende Vorarbeit geleistet. Und was zur Hölle? Ach, sadoukas wieder. Das finde ich gut, dass die manchmal sich umdrehen und einfach mal auf die Einheiten schießen. Dass die Einheiten ein bisschen geschwächt werden, ja. Ach, Moment mal. Ich kann ja noch was anderes machen. Ich kann mal wieder fünf Trikes bauen. Und die jetzt endlich mal hier oben reinfahren lassen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was machst du denn hier, ey? Was willst du denn? Weg damit. So. Und du schießt mal auf den Sadouka. Alles klar. Schaut euch mal den Sadouka an, ja. Schaut euch mal an den Sadouka an, wie viel Schaden der macht. Der andere ist einfach drüber gefahren, das ist auch gut. Das passt schon so, ja. So. Alles klar. Am Spiel 6... Schon wieder 6 Främen, das ist schon mal gut. So. Buff. Ja. So. Die sind da, sehr gut. Kommt die nächste Dampfwalze auf diese kleinen Minibasis hier. Der baut jetzt natürlich nur Manneken. Weil er halt nur noch Manneken hat, ne. Aber würde ich sagen, Freunde. Fahr da rein. Fahr da einfach mal drüber. So. So. Zack. Oh. Was für ein Blutbad. Was für ein Blutbad hier, ey. Was für eine Leichenschau. Oh Mann, oh Mann. Weg damit. Einfach rein da. Einfach drüber fahren. Das wird mir zu blöd mit den Scheiß-Männiken hier. So. Was für ein Blutbad da gerade. Das sah krass aus. So. Hallo, was ist das für ein Raketen-Ding da, ey. So. Machen wir den da im Arsch. Sehr schön. Das war's mit seiner... Das war's mit seiner Verteidigung hier. Mit seiner Gegenwehr. Zack. Weg damit. Ah, der hat noch ein Türmchen da oben. Okay. Alles klar. Dann Putz. So. Ah, der dat nervt auch. Mach dat mal weg. So. Alles klar. Da haben wir jetzt auch die meisten Angriffe weg, ne. Also, der Hakon-Typ selber, der greift ja nicht so viel an. So, dann fahrt ihr mal da rein und ihr fahrt mal bitte hier oben rein. So. Alles klar. Dann Sammler. Ach, verdammt. Der ist noch so ein Turn. So. Ach, Mann. Was macht ihr noch kaputt? So. Batsch. Drei auf einmal. Vier auf einmal. Geil. Vier Silos auf einmal. Dann geht ihr mal weiter. Würde ich sagen, bereite ich mal meinen nächsten Angriff vor. Alles klar. Kampfhandser. So. So, die Silos sind ja voll, ne. Frame wieder bereit. Sehr schön. Und speichern. Letzte Mission der Atletis vorhin. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, also gegen die Hakon. Das war's. Ernsthaft? Mit drei Tracks? Na ja. Da sind die anderen beiden. So. Wie gesagt, gegen die Hakon viel angenehmer als gegen die scheiß Ordos. Ja, die fahren halt genau hier rein. Verdammte Kacke. Egal, das... Da das mehrere sind, können die mal ein bisschen mehr erkunden jetzt hier. Sehr schön. So, dann fahr mal durch da. So, dann fahr mal durch da. Sehr gut. Das ist der letzte, den ich hier noch übrig hab. Sehr schön. Hey. Die haben eine größere Basis hier auf jeden Fall, die lila, ne. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Gebäude? Was war das nochmal? War das das Imperatorgebäude? Ich weiß es nicht genau. Äh. Ich glaube, das war das Imperatorgebäude, ne. So, dann ist jetzt endlich mal ein Strike hier durchgekommen. So. Sehr schön. In der Basis selber hat er ja nicht viel, ne. Wenn man sich das mal anguckt... Ah, fuck. Egal. Aber... In der Basis hat er nicht viel. So, dann hier, zack. Ah, da kommt da jetzt wieder was. Okay. Weg damit. So. Alles klar. Zack. Viele Belagerungswaffen hab ich hier noch übrig. So. Zack. Zack. Weg damit. Raketenpanzer weg. Mach den weg. So. Der will mich nämlich schon wieder abfacken mit seinen Kampfpanzern da. Ah. Ein paar Probleme krieg ich jetzt hier schon. Boah, drei auf einmal. Verdammte Scheiße. So, weg. Mach die scheiß Raketenpanzer weg. Ja, gut. Die verliere ich jetzt, ja. Die verliere ich jetzt. Ja, ja. Okay. Schade. Aber gut. Gut, aber jetzt weiß ich schon mal ein bisschen mehr. Und zwar hier das Ding. Was war das nochmal? Ich glaube, das war das Imperatorgebäude, ne. Moment mal. Der Imperator? War das nicht der Typ in der Cutscene? Der uns hier eingeführt hat in alles? Der hat, das Schwein hat sich tatsächlich auf Hakonenseite begeben. Das ist krass. Das finde ich jetzt echt krass. Oh, hier sind viele Einheiten. Weißt du, was macht da mal ein Luftangriff drauf? Einfach mal so. Ich hoffe mal, dass die, äh, da stehen bleiben. Einfach so. Und ich hier dann schön platt machen kann. Wer weiß. Weil wenn ich hier den auf die Basis schmeißen würde, dann, äh, würden die gekillt werden, die Flugzeuge. Deswegen. Ja, die wollen sich gerade bewegen, aber der Luftangriff kommt. Sehr schön. Ah, scheiße. So, sehr gut. Und weiter geht's. Weiter bomben. Ah, verdammt. Äh, die, äh, werden alle abgeschossen von den scheiß Raketenpanzern. Ah, aber immerhin. Immerhin ein bisschen angekratzt. Nicht schlecht. Auf keinen Fall. Also nicht schlecht. So, gut. Dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt hier die drei Panzer fertig? Ja, habe ich. So, sehr schön. Dann zweimal das, zweimal das. Und zweimal davon jetzt, so. Die dicken Rohre. Ja, genau. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, baue mal ein paar Trikes. So, wenn ich jetzt dann die fünf Trikes habe, schicke ich die einfach mal nochmal hier rein. Das sollte doch jetzt kein Problem mehr sein, oder? So. Mhm. Sehr schön, Freunde. So. Dann haben wir uns jetzt von links und rechts erstmal befreit von den Angriffen. So, weil die Basen sind weg. Beziehungsweise die Vorposten. Boah, guckt euch das mal an, wie viele, wie viele Spezialpanzer der da hat. Meine Fresse. Sieben Stück, sieben Stück, Freunde. Ja, es wird härter. Auf jeden Fall. So. Sehr gut. Alles klar. Dann habe ich jetzt mal eine Stunde 25. Und ich bin eigentlich fast bei, äh, finaler Schlag hier, ne? Würde ich mal sagen. Boah, jetzt nochmal ein paar Trikes. Zwei Stück noch, um genau zu sein. Da kommen mehr Einheiten. Weiter. Weg da. Weg da. So. Alles klar. Was kann ich jetzt noch bauen? Na, hier. Zwei, zwei. Ich weiß nicht, warum die da so Probleme mit dem Belagerungspanzer haben beim Raumhafen. Keine Ahnung. Ah, so. Mhm, das sieht doch schon mal gut aus. Noch vier Minuten. Ich würde mal sagen, mit dem Angriff mache ich jetzt immer den ganzen Scheiß hier platt. Aber die Trikes, die fünf Trikes, die können erstmal hier oben reinfahren. So. Die sind jetzt mein Aufklärer-Trop Nummer eins. So. Noch ein dickes Rohr. Naja, es hört sich komisch an, aber es ist wirklich ein dickes Rohr. Schaut euch das mal an hier unten. Sieht schon ein bisschen krass aus, ja. Ach, die drehen immer ihre Kurven da. Ah, Moment, ich habe einen... Ich habe einen Hintereingang gefunden. Nicht hier lang. Verdammt nochmal. Nicht da hin. Jetzt... Kommt doch hier zurück. Verdammt. KI. Einheit bereit. So. Raumhafen kommt gleich wieder an, die Einheit. Sehr gut. Ja, die Mission ist ja gar nicht so schwer gewesen bis jetzt. Die letzte. Also... Frame bereit. Cool. So, was haben wir denn da? Ah. Ah, 1, 1, 1. Okay. Ja gut, dann... So, dann fahrt mal durch da. Fahrt mal da rein. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Hintereingang gefunden. Schaut mal. Einfach nur erkunden. Einfach nur erkunden, Leute. Einfach nur erkunden. So. Was haben wir denn hier noch? Schönes. Alles klar. So, wir decken weiter auf die Basis hier. So. Ach, du Scheiße. Oh, der eine hier ist durchgekommen. Sehr gut. Sehr gut. So. Oh, der hat hier so eine Brücke. Okay, krass. Krasse Brücke. Aha. Okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, jetzt kommt der andere halt noch. Noch zwei Minuten. Hier angeschissen. So. Das Strike. Komm. So, zack. Reicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Habe ich schön erforscht jetzt. Ja, gefällt mir. Ah, egal. Okay. So. Ach. So, weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Diese scheiß Raketenpanzer, wie die immer außerhalb der Range sind, ne? Schieß doch da drauf, nicht auf das Manikin. So. Mann. So. Aha. Ja, dann. Keine Ahnung, fahr da drauf. Oh, bringen sie zurück. Alles klar. So, Freunde. Habe ich hier schon mal, schon mal eine größere Armee wieder. Die Fräben sind auch wieder fit. Sehr gut. Okay. Reicht das vielleicht sogar schon für den hier? Das reicht sogar schon. Alles klar. Dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal ab. Weil der Harkonnen-Typ ist heftiger noch. Habe ich die Fräben hier auch noch mit? Zwölf Fräben sind auch schon mal nicht schlecht, ja. So, dann kommen die Fräben auch mal mit. Kommen nochmal alles, was ich hab hier. Schieß da drauf. So. Weg damit. So, der Sammler, der kann dann ja wieder, genau, der kann wieder arbeiten. Sehr schön. So, während die da hinfahren, auf euch, Freunde. Ah, so. So, zack. Weg damit. So, alles klar, Freunde. Sehr gut. Was macht ihr denn da schon wieder? Also, nur mit Idioten hier zu tun, ne? Verdammt. Der hier, der ist noch so stark. Das ist das Problem. Der hier ist noch extrem stark. Da werde ich nicht viel machen können, leider. Die beiden Fräben können noch mitkommen. Treffen sich mal da, bitte. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Spiel gespeichert. So, hoch. So, zack. Damit aber ein bisschen schneller geht hier. Kohle ist wieder genug da. Boah. Ah, okay. Soll er versuchen. Da kommt gar nichts an. Ui, doch. Okay, na gut, dann. Mach wieder ein bisschen runter. Oh, das ist immer noch so schnell. Dieser Balken ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Ich weiß und ran, das ist immer noch alley. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, ja.